Die Technik des Seitwärtsabschneidens kommt dann zum Einsatz, wenn man ungefähr weiß, wo man sich befindet, aber nicht ganz genau. Dazu muss zum Beispiel die Höhenlinie bekannt sein, auf der man sich bewegt, oder ein Bach, eine Straße oder ein Grat. Von einem bekannten Punkt schneidet man seitwärts ab. Über die Visierlinie den bekannten Gipfel hinteres Fischerhorn anpeilen, den Kompass dabei waagerecht halten. Die Windrose so lange drehen, bis im Spiegel die Kompassnadel mit der Garage Nord auf Nord übereinstimmt. Die Gradzahl, in diesem Fall 100 Grad, kann man nun ablesen. Die angepeilten 100 Grad auf die Karte übertragen. Dazu den Kompass aufklappen und auf die Karte am bekannten Geländemerkmal hinteres Fischerhorn anlegen. Den gesamten Kompass so lange um den bekannten Punkt drehen, bis die Garage mit dem Kartengitter übereinstimmt. Die Peillinie vom bekannten Punkt in die Karte einzeichnen. Nun die Peillinie mit der bekannten Höhenlinie 3360 schneiden oder mit einem Weg, einer Straße oder einem Grat. Im Schnittpunkt befindet sich der eigene Standort. The Flash You 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 Untertitelung des ZDF, 2020